Falls Sie für den kommenden Wahlsonntag noch keine Entscheidung getroffen haben, dann haben Sie jetzt noch einmal die Gelegenheit, sich eine Meinung zu bilden. Ich begrüße herzlich im Studio FAP-Chef Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, guten Abend. Grüß Gott. SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer, guten Abend, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich begrüße Peter Westenthaler, BZÖ-Chef, guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen, Herr Alexander Van der Bellen von den Grünen. Guten Abend. Und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, herzlich willkommen. Herzliches Grüß Gott, Frau Durenherr. Guten Abend.